Jetzt in diesem Moment kommen die beiden Mannschaften aufs Spiel gelaufen. Preußen Münster in grünen Trikots, schwarzen Hosen und grünen Stutzen. Und die Gäste aus Unterringen, Marco? Ja, weißes Jersey, rote Hose und rote Stutzen. Ja, also so sieht es aus. Das sind die Facts quasi, die ihr wissen müsst. Daniel Masoch kann im Übrigen spielen. Und trotz Kapselverletzung im Finger kann er heute hier dieses Spiel antreten. Und die Fans, die es nicht mitbekommen haben, aber Maury Bischof, der Regisseur des FC Preußen Münster, der hat sich verletzt. Der Benderriss fällt ungefähr drei bis vier Wochen aus. Heute ersetzt von Dennis Tobi dann die etwas offensivere Variante zu Simon Scherler. Ja, der erwarte Babel Dotschef quasi zwei Optionen. Ich glaube, zu Hause offensiv zu agieren, ist, glaube ich, die richtige Entscheidung, Marco. Ja. Und viele Tore, die wünschen wir uns. Das hat Kerni gerade gesagt. Wie gesagt, die Uhr dürfen wir nicht vergessen anzumachen. Nicht so wie wir bei den letzten beiden Malen. Und eigentlich könnte es losgehen. Preußen Münster hat meines Wissens gerade die Platzwahl gewonnen. Dementsprechend wird Unterhaching anstoßen. Nein, das ist falsch. Preußen Münster wird anstoßen und Unterhaching hat die Platzwahl gewonnen, denke ich. So rum war es. Daniel Masoch läuft in das Tor hinter der Gästekurve. Und die Preußen werden von unserer Sicht aus in der ersten Hälfte von links nach rechts spielen. Unterhaching von rechts nach links dementsprechend. Schiedsrichter deiner Partie ist heute. Magst du mal ganz kurz vorstellen? Ja, das ist Marcel Unger. Und die Assistenten sind Stefan Kleinschmidt und Oliver Losius. Losius, genau. Ich glaube, das ist Spanier. Den haben wir auch schon mal als ersten Schiedsrichter hier gehabt. Wenn mich nicht alles täuscht. Also, das Spiel könnte losgehen. Viman Azzarov und Taylor haben angefiffen. Und wir machen die Uhr an und die Uhr läuft. Und wir sind, haben an alles gedacht im Prinzip. Marco hat mich gerade mal netterweise daran erinnert, dass die Uhr angemacht werden muss. So, Preußen Münster, erste Situation. Torschuss aufs Tor, 30 Meter. Torentfernung, nichts gefährliches. Geht so 5 Meter am Tor vorbei. Also, da war keine Gefahr für das Tor von Unterhaching. Für das Tor von Stefan Riederer. Der Kapitän. Kurzer Abschlag jetzt in die eigene Abwehrreihe. Rausgespielt, der Ball innen auf die linke Seite. Jetzt machen die Preußen schon Druck auf den Ball. Und da können die Haringer nur auf Kosten eines Einwurfs an der Mittellinie sich befreien. Einwurf jetzt ausgeführt von Schöneberg. Lang in die eigene Hälfte geworfen auf Stefan Kühne. Der spielt weiter links raus. Da ist Kirsche. Hat da die Kugel nicht jetzt nicht Kirsche gewesen. Das war Herrgesell. Genau. Kirsche hat jetzt hier auf der anderen Seite den Ball. Rechte Seite. Spielt ihn jetzt raus zu Schöneberg. Gut gemacht. Langer Ball nach vorne. Da ist Dovidat. Versucht direkt so ein bisschen Druck zu machen. Aber das klappt nicht ganz. Die Haringer können sich erstmal befreien. Jetzt langer Ball von Preußen. Übers Mittelfeld. Den Weg geschlagen. Rausgelegt. Den Ball auf die linke Seite. Da ist Benni Siegert. Laufduell auf dem linken Flügel. Aber die Haringer können erstmal wieder zum Torwart zurückspielen. Und der mit einer Kerze in Seiten aus. Naja. Also ein bisschen nervös hier. Die junge Truppe der Bayern. Hoffen wir mal. Dass das ein gutes Omen ist. Preußen Münster hat jetzt den Ball da auf der linken Seite. Spielt ihn jetzt raus auf die rechte. Da ist Schöneberg. Eck hat den Ball da. Sucht nach Spitz der Station. Findet Siegert. Hat ihn da gefunden. Aber der kann den Ball nicht wirklich gut verarbeiten. Und muss ihn erstmal wieder zurücklegen. In die eigene Abwehrreihe. Jetzt wieder rausgelegt. Der Ball auf die linke Seite. Alles in der eigenen Hälfte. Preußen Münster ist gut im Ball durch. Da ist Dovidat auf der linken Seite. Flanke in die Mitte. Da ist aber niemand. Aber der Ball abgeblockt. Und die Preußen haben den Ball jetzt auf der rechten Seite. Da ist Nazarov. Nazarov gegen zwei Haringer. Schöner Lupfer. Auf Benni Siegert. Alles im Strafraum. Aber Haring kann sich befreien. Und es gibt Eckball für den SC Preußen Münster. Der erste in diesem Spiel für die Preußen. Erster Eckball. Alles notiert. Sehr gut. Alles notiert. Und den wird also Dennis Dovidat ausführen. Kurz ausgeführt auf Dennis Grote. Dennis Grote. Flanke in die Mitte. Flanke in die Mitte. Gute Möglichkeiten ein. Erstmal abgeblockt. Aber das Dovidat nochmal. Nachschuss. Ah, ehrlich gemacht. Und nochmal. Die Möglichkeit zum Nachschuss. Da ist Nazarov. Abgeblockter Ball. Und der landet dann in den Armen von Riederer. Keine Probleme für die Haringer. Und die versuchen das Spiel schnell zu machen. Lange Abwurf vom Torwart. Schnell auf die linke Seite. Rechte Seite rausgespielt. Die Haringer haben immer noch den Ball. Die Preußen da. Schon mit der Möglichkeit den Ball zurück zu erobern. Haben ihn aber vertändelt. Aber jetzt haben sie ihn. Schlechter Pass. Und Dovidat. Dennis Dovidat. Der ins neue Team gerückt ist. Hat den Ball da gut abwanken können. Jetzt Fehlpass von den Preußen. Aber der bleibt ohne Folge. Weil Haringen den Ball nicht kontrollieren kann. Einwurf für die Haringer. So. Jetzt kommt der Ball da raus. Auf die linke Seite. Da ist ja gesellt. Langer Ball auf Benny Siegert. Und der aber zu lang. Und der landet in den Armen von Riederer. Also keine Gefahr für das Tor von Stefan Riederer. Langer Ball jetzt. Preußen Münster kann den Ball erobern. Langer Ball auf Taylor. Kommt nicht ran. Aber die Preußen weiter in den Ballbesitz. Jetzt im Mittelfeld ein bisschen gestocher. Druck und Boden liegt ihn ganz überlegt. Raus. Auf die linke Seite. Langer Ball jetzt von Kühne nach vorne. diagonal schlecht gemacht. Aber die Haringer wieder mit Problemen in der eigenen Hälfte. Vor dem Strafraum. Da aus. Na Zaroff hat den Ball der Hackentrick. Aber das ist zu blöd gespielt. Eieieiei. Das muss man dann ein bisschen cleverer spielen. Und die Haringer jetzt mit dem langen Ball nach vorne. Haben ihn da an der Strafraumgrenze. Können ihn aber aufs Tor bringen. Schuss aus. 20 Meter Torentfernung. Aber keine Probleme für Daniel Masoch. Langer Abschlag jetzt. Und da ist Na Zaroff. Kriegt den Ball aber nicht. Weil ein Haringer noch dazwischen war. Und es gibt die nächste Ecke für den SC Preußen Münster. Die zweite schon in der fünften Spielminute. Die Mannschaft wirkt sehr frisch. Und möchte sofort Akzente nach vorne setzen. Jetzt wieder eine Ecke rausgeholt. Und wieder tritt Dennis Dobidat die Ecke. Also der hat ein richtig gutes Standing in der Mannschaft. Hat sich direkt mal für die Standards empfohlen im Training. Gesagt der Pavel Dotschow mir gestern. Also Respekt an den jungen Mann. So, langer Ball jetzt. Ja, schade. Das war nicht so ideal. Ecke auf den kurzen Pfosten. Und dann war ein Haringer zur Stelle. Klärt zur nächsten Ecke für den SC Preußen Münster. Damit die dritte. Und Dobidat bringt ihn jetzt in die Mitte zum Tor. Wieder auf den kurzen Pfosten. Abgeblockt von den Haringern. Die Preußen haben den Ball an der Strafraumgrenze. Druckenbrot bringt ihn nochmal rein auf die linke Seite raus. Flank in die Mitte. Und da ist das Tor. Da ist nicht das Tor. Stefan Kühne rauscht in den Ball rein. Oh, hat sich ja verletzt. Halleluja, hat er sich verletzt. Er liegt ja jetzt im Strafraum am Boden. Irgendwo läuft noch ein Stream. Ich weiß nicht wo, aber ich höre mich quasi verzögert selber. Das sind aber nicht wir. Achso, wir haben den Ton noch an. Siehst du, das ist natürlich... Aber jetzt haben wir alles geklärt, also... Weiter geht's. Langer Ball nach vorne. Gut gemacht von den Preußen. Haben den Ball da in der eigenen Hälfte wieder zurückerobert. Aber diesmal schlechter Pass raus. In die Füße eines Haringers. Die können den Ball schön kontrollieren. Haben ihn jetzt im Mittelfeld. Jetzt steiler Pass in die Spitze. Aber da sind die Preußen wachsam. Können ihn erstmal klären. Aber Haring weiter in den Ballbesitz. Haben ihn da jetzt. Spielen ihn wieder steil in die Spitze. Aber diesmal können die Preußen klären. Aber der Ball wieder weg, weil Benni Siegert die Pocke so ein bisschen lässig annimmt. In Anführungsstrichen. Jetzt Haring verliert den Ball. Schneller Ball nach vorne auf Taylor. Der ist jetzt da an der Mittellinie. Versucht das Spiel aufzubauen. Findet Dennis Grote. Ball rausgelegt. Auf die rechte Seite. Wunderbar auf. Die Mann hat Zaroff. Der hat da die Pocke. Nun sucht eine Anspielstation. Findet sie. Im Moment nicht. Die Mann hat Zaroff. Muss zurücklegen. Zu Schöneberg. Und der jetzt erstmal zu Kühne. Der wohl wieder fit scheint. Oder was meinst du, Marco? Wie bitte? Ich hab die Frage nicht gesagt. Scheint Stefan Kühne wieder fit zu sein? Oder was meinst du, nach der Aktion eben? Ja, denke ich mal. Ist ja hart im Nehmen. Also, dass wir das schon... Alles klar. Super. Die Preußen also mit einer sehr engagierten Anführungsphase knapp sieben Minuten gespielt. Ansprechend auf jeden Fall. Also, so könnte es weitergehen. Preußen Münster kontrolliert das Spiel auf jeden Fall. Spielen sich den Ball jetzt da hinten rum. Da ist Schöneberg. Und jetzt kommt dieses Wechselgesinge wieder, was sie schon kennen. Preußen Münster. Die Fans sind da. Merken. Hier geht heute was gegen den Tabellen. Vierten der dritten Fußball-Bundesliga. Siegert sucht eine Anspielstation auf dem rechten Flügel. Findet Schöneberg. Und der wird übelst gefault, meiner Meinung nach. Muss eine gelbe Karte geben. Also, ganz ehrlich. Auch wenn man die... Immer so von Fingerspitzengefühl spricht. Und von Anfangsfase und so. Marco, eigentlich müsste das in meinen auch eine gelbe Karte geben. Da war der Ball gar nicht im Spiel. Das sehe ich allerdings anders, weil... Im Mittelfeld, frühe Phase des Spiels, wie du es schon gesagt hast, also keine gelbe Karte unbedingt nötig. Alles klar, weiter geht's. Die Preußen laufen wieder an. Jens Druckenbrot hat den Ball, legt ihn raus. Auf Hergesell, auf die linke Seite. Schöner, langer Ball auf. Da ist Grote, Ball in die Mitte. Nix, ne. Schlecht vorgelegt. Versucht hat noch einen Freistoß rauszuholen. Und deshalb gibt es Abstoß vom Tor der Hachinger, vom Tor der Gäste. War auch vollkommen in Ordnung. Diesmal keine unfaire Aktion da auf dem linken Flügel. Da hat Dennis Grote sich einfach den Ball ein bisschen seltsam vorgelegt. Wollte ihn da überlupfen, den Gegenspieler. Und hat dann gemerkt, den erreiche ich nicht mehr. Hat sich fallen lassen. Und dementsprechend dann der Ball im Tor aus. Und jetzt kommen die Hachinger langer Ball nach vorn. Aber Preußen Münster hat den Ball schon wieder abgefangen. Wieder diagonaler Wechsel auf die rechte Seite. Da hat die Mannertsachung. Der hat den Ball wieder angenommen und gut in die Mitte durchgelaufen. Und wieder kein Freistoß. Und das war, glaube ich, wieder in Ordnung. Weil da hat der Hachinger einfach den Ball abgeschirmen, Marco. Ja, denke ich auch. Also da war gerade vorher eine Situation, die hätte man ruhig abpfeifen können. Aber das gerade nicht. So, jetzt kommt Hachinger wieder. Aber wieder mit einem Ballverlust im Spielaufbau. Und Preußen Münster hat wieder den Ball rechte Seite. Gut reingespielt, den Ball in die Spitze. Da ist der Hälfte Taylor. Der kommt aber nicht mehr an den Ball. Und deswegen hat Riederer gar keine Probleme, den Ball aufzunehmen. Abwurf jetzt vom Tor der Unterhachinger. Aber die müssen jetzt erstmal Ruhe in ihr Spiel reinkriegen. Spielen sich den Ball da hin und her in der eigenen Hälfte. Armin da jetzt, diese junge Mannschaft, suchen eine Anspielstation. Preußen stellt die Räume gut zu. Und da müssen sie aufpassen. Steiner Ball in die Spitze. Da wäre einer völlig durch gewesen. Aber die Preußen können den Ball erstmal erobern. Und verlieren ihn jetzt aber wieder im Spielaufbau. Haching kommt über die Mitte. Könnte ihn rauslegen. Auf die rechte Seite. Schlecht gemacht. Und deswegen ist erstmal wieder keine Gefahr für das Tor von Preußen Münster da. Aber die Hachinger weiter in den Ball besitzt. Suchen eine Anspielstation finden sie nicht und verlieren den Ball fast. Jetzt verlieren sie ihn nicht, sondern sie kriegen einen Freistoß zugesprochen. Ja, da hat der Schiedsrein einen Vorteil abgewartet. Den gab es nicht. Und somit richtig einen Freistoß. Gibt es in der elften Spielminute einen Freistoß für Unterhaching in Höhe der Mittellinie. Halbrechte Position. Schon ausgeführt der Freistoß. Langer Ball jetzt auf die linke Seite. Gut gemacht. Die Hachinger suchen eine Anspielstation. Finden sie in der Mitte des Sturms. Aber Kirsche kann erstmal klären. Brenzlige Situation. Da weiter geht es. Preußen Münster kann sich erstmal befreien. Aber Haching wieder in Ballbesitz in der eigenen Abwehrreihe. Haben sie ja jetzt da den Ball und suchen wieder ihren Stürmer vorne. Finden ihn. Und jetzt geht es wieder ratzfatz. Aufgepasst. Kurzer Ball. Kurzes Passspiel da auf der albrechten Position. Aber Preußen stellt die Räume jetzt gut zu. Und deswegen findet Haching erstmal keine Lücke. Schuss aus der zweiten Reihe. Abgeblockt. Aber nochmal die Möglichkeit zum Nachschuss. Flach eingelegt den Ball. Da ist Schöleberg und Siegert können den Ball erst einmal zusammen klären. Und jetzt kommt da Möglichkeit für den FC Preußen Münster. Da ist Dennis Grote. Der gegen 1, 2 Hachinger Spieler sucht eine Anspielstation für den Matthew Taylor. Der ist im Strafraum. Matthew Taylor könnte schießen. Matthew Taylor schießt doch nochmal. Schießt. Matthew Taylor. Abgeblockt der Ball. Da ist Dennis Grote nochmal. Und wieder ein knapper Ball. Am Tor vorbei. Dennis Grote. Zwölfste Spielminute. Ah. Leider vielleicht ein bisschen eher abziehen muss der Matthew Taylor, oder? Ja, gut abgewartet. Aber trotzdem hätte er natürlich dann im ersten Versuch nehmen können. Ja, aber auch freie Schuss waren für Dennis Grote. Den hätte er vielleicht auch mal verhandeln können. Ja, wir erwarten ja immer so viel von Dennis Grote, aber meines Gott, der Mann kann auch mal einen daneben hauen. Ja, natürlich. Ne, also alles kein Problem. Aber die haben das Spiel jetzt erstmal wieder unter Kontrolle im Mittelfeld. Verlieren aber jetzt wieder den Ball. Achtung, Hachigen. Foulspiel meiner Meinung nach. Weiter geht's. Kein... Doch, Foulspiel. Ja, ja. Foulspiel und deswegen Freistoß jetzt wieder. Ähnliche Situation wie eben an der Mittellinie halbrechte Position. Der Sieg wäre heute richtig wichtig. Also wenn wir ja heute hier gewinnen würden, also mitzumachen, das wäre so wichtig. Ich gucke schon immer auf die Zwischenstände in den anderen Spielen. Da sind ja auch heute Top-Spiele. Richtig. Aber noch nichts passiert. Kommen wir gleich nochmal zu, wenn wir ein bisschen Zeit haben. Jetzt Preußen-Münster kann sich erstmal befreien. Der Ball im Seitenhaus und deswegen gibt es einen Wurf. Mitte der eigenen Hälfte des FC Preußen-Münster. Schon ausgeführter Einwurf. Flach reingespielt der Ball in den Strafraum. Aufgepasst, aber da ist Daniel Masoch. Der hat den Ball da aufnehmen können und keine Gefahr mehr für das Tor vom FC Preußen-Münster. Jetzt weiter Abschlag des Kippers auf die rechte Seite raus. Da ist Matthew Taylor, der kann den Ball annehmen. Aufgepasst, zurückgelegt zu Siegert. Ja, der wieder in der eigenen Hälfte. Der muss zurückspielen zu Schöneberg. Und ja. Der erstmal wieder in die eigene Abwehrreihe zurück. Da ist Hergesell, Kirsche, Dovidat. Die spielen sich jetzt das Bällchen da auf so 30, 40 Quadratmetern. Zu. Jetzt rausgelegt der Ball auf die rechte Seite zu drucken. Bro, der Steige spielt auf Siegert. Der kann den Ball nicht erreichen. Und deswegen landet der Ball im Tor aus. Abschlussabstoß vom Tor von Riederer. Und ja. Hoffen wir mal, dass hier bald mal irgendwo in der dritten Liga ein Tor fällt. Denn ich glaube, noch nirgends wo ist ein Tor gefallen. Abschluss jetzt von Riederer. Kurzer Abstoß in die eigene Abwehrreihe rein. Sucht da wieder eine Abstandspielstation. Aber machen das gut die Preußen. Machen gut Druck auf den Ball. Und haben ihn jetzt schon wieder erobert. Aber Nenskrote wollte es da zu schön machen. Mit dem Hinterkopf wollte er den Ball da weiterleiten. Aber die Preußen können den Ball zurückerobern. Zu Daniel Masoch. Jetzt spielt der Ball lang nach vorne. Achring hat jetzt die Pocke da wieder am eigenen Strafraum. Jetzt langer Ball vom Torhüter. Das ist der Achringer nach vorne. Und die haben jetzt den Ball da im Mittelfeld erobert. Steiler Pass in die Spitze. Aufgepasst. Und Daring ist vor dem Tor. Und Daring ist vor dem Tor. Daniel Masoch. Weltklasse Parade. Weltklasse Parade von Daniel Masoch. Eins gegen eins Situation. Steiler Pass in die Spitze. Und Daniel Masoch taucht in die lange Ecke ab. Und hält diesen Ball herrlich. Aber das war die erste richtig brenzlige Situation für ein Tor hier. Ja, also ich sag mal, auf der anderen Seite hätte Matthew Taylor den reingemacht. Sagst du, alles klar. Ja, wenn du das sagst. Aber da hat er richtig Glück gehabt. Der Keeper von Preußen Münster ist da früh abgetaucht. Hat Glück gehabt, dass er dann da versucht, ihn in die lange Ecke zu schieben. Und das ist natürlich, das darf nicht so oft passieren im Spiel. Jetzt die Preußen wieder über die rechte Seite. Benni Siegert da im Doppelpass mit Natsarow. Ballverlust für Preußen Münster. Aber die Achringer können erst einmal nichts daraus machen. Müssen den Ball zurückspielen, Subtorwart. Jetzt langer Ball wieder mal vom Torwart nach vorne. Da ist Schöneberg-Kopfballduelle im Mittelfeld gewonnen. Dovidat lässt sich aber den Ball abnehmen. Aber die Achringer versuchen jetzt das Spiel ganz ruhig aufzubauen. Spielen ihn nochmal zurück in die eigene Hälfte. Und machen das jetzt etwas ruhiger. Wir müssen auch ein bisschen ruhiger werden. Zumindest ich. Du bist ja ruhig, Marco. So, langer Ball jetzt nach vorne. Preußen Münster kann den Ball aber abfangen. Natsarow hat ihn da. Ausgelegt auf die rechte Seite. Da ist Benni Siegert. Siegert geht so 5, 6, 7, 8 Meter. Da ist er zurückgelegt zu Natsarow. Faul spielen wir dann nach. Und es gibt wieder keinen Freistoß. Weiter geht's. Achring kommt über die linke Seite. Klären wir gleich nochmal die Situation mit dem Freistoß. Ob es einer war. Aber weiter geht's. Ball reingespielt ins Mittelfeld. Grote holt sich den Ball. Oh, jetzt wird er mal gefoult. Jawohl. Aber die Aktion davon nach Zahraow. Meinst du, das war ein Foul? Bin ich mir nicht ganz sicher. Also ich denke ja. Aber eventuell hat der Schiedsrichter die eine Szene von vorhin noch im Kopf. Wo er sich fallen gelassen hat. Zahraow! Schuldig, dass ich dir ins Wort falle. Aber schöner Schlenzer aus 25 Metern aufs Tor. Von Riederer. Und der... Der hätte gepasst. Der hätte gepasst. Genau, das war... Du nimmst mir meine Worte gerade aus dem Mund. Das ist super. Also der hätte gepasst. Vielleicht etwas zu wenig Druck hinter dem Ball. Aber... Den kann der Torwart dann leicht fangen. Richtig. Und jetzt gibt's Einwurf für Achring an der Mittellinie. Auf der Gegenrade. Und... Einwurf jetzt erstmal zurück in die eigene Abwehrreihe. Aber Dennis Grote kann den langen Ball abfangen auf Natsarow. Der steil auf die linke Seite rausgespielt. Da ist Taylor. Aber der kommt nicht an den Ball. Ein bisschen zu steil. Und... Achring kann den Ball erstmal wieder zurückerobern. Spielen den Ball jetzt schnell. Und geradlinien nach vorne. Und wieder. Der Ball steil in die Spitze. Aber diesmal ist Kirsch da. Und kann den Ball abfangen. Einwurf für Achring schon ausgeführt. Schnell gemacht. Aufgepasst. Hier unten links steht einer völlig frei. Aber haben sie nicht gesehen. Müssen erstmal wieder rumspielen. Und jetzt machen sie es klein klein. Da Herr Gesey kann den Ball erstmal rausschlagen. Und die Preußen können sich erstmal befreien. Und jetzt Konterversuch. Vom SC Preußen Münster. Zwei gegen zwei. Aufgepasst. Dennis Grote verzögert ein bisschen. Ah, das muss er eher machen. Da den Pass auf Natsarow auf der rechten Seite. Und jetzt ärgert er sich da auch selber so ein bisschen. Und dass das da nicht funktioniert hat. Und dann hätte es hier vielleicht schon. Ja, und es ist wohl ein Tor gefallen, Marco. Es ist ein Tor gefallen. Und zwar für Bukhausen zu Hause gegen den SV Babelsberg. Mit 1 zu 0 natürlich. Genau. Wir sind aber erstmal wieder zurück ins Mittelfeld. Suchen eine Handspielstation. Sind jetzt mit aller Mann in der Preußenhälfte aufgepasst. Könnte sein, dass Preußen jetzt eine Kontermöglichkeit hat. Taylor ist da. Oh, wird gefoult. Und es gibt Freistoß. Das finden lässt der Preußen-Münster im Mittelkreis. Da könnte man schon eher über eine gelbe Karte nachdenken. Weil das war nämlich eine gute Kontermöglichkeit, die da... Das wäre eine geworden, ja. 20 Minuten knapp gespielt. 20. Spielminute. Ja, die Uhr tickt. Diesmal. Nicht so wie das letzte Mal. Hat man sehr vergessen. Ja, Freistoß ausgeführt im Mittelkreis. Preußen-Münster mit Benni Siegert haben den Ball da jetzt auf der rechten Seite suchen. Nachspielstation finden Kevin Schöneberg da. Der muss erstmal zurücklegen zu Daniel Masoch. Und der kurz zu Patrick Kirsch weiter. Langer Ball jetzt auf die rechte Seite raus. Von Kühne auf Siegert. Kurzverspiel zu Nazarov. Keine Möglichkeit, aber dann nach vorne zu kommen. Erstmal wieder zurück zu Schöneberg. Der steil auf Nazarov. Der gleich gegen 3, 4. Haringer setzt sich da gut durch. Nazarov. Langer Ball auf die rechte Seite. Ein bisschen ungenau. Auf Dennis Grote. Der muss da ein bisschen zurückweichen. Sucht da jetzt eine Anspielstation. Findet. Hergesell. Hergesell gegen 2, 3. Haringer. Wieder noch Hergesell. Immer noch Hergesell. Immer noch Hergesell. Und dann schlechter Querpass in die Mitte. Auf Matthew Taylor. Der stand am zweiten Pfosten. Vollkommen frei. Sehr gut mit einem Doppelpass. Freigespielt in 16er Reihen. Sehr gut gemacht, ja. Wirklich zu ungenau. Diese Reingabe. Vielleicht hätte er da... Oh. Vielleicht hätte er da auch... Jetzt gibt es einen Foul da in der Preußenhälfte. Das war auch eine gute Möglichkeit für Unterharing. Die hatten da plötzlich freie Bahn. Ja, der Spieler beschwert sich auch. Hätte wahrscheinlich da gerne eine gelbe Karte gesehen. Aber die lässt er dann doch nochmal stecken. Freistoß jetzt. Halbrechte Position. 35, 40 Meter Torentfernung ungefähr. Ich weiß nicht ganz genau. Aber... Wir hoffen mal, dass das gut geht. So, Freistoß. Wird wahrscheinlich zum Tor hingetreten. Mit links von der rechten Seite. Da stehen zwei Schützen bereit. Ich kann von hier aus nicht sehen, wer es ist. Es stehen beide mit dem Rücken zu uns. Ich glaube, der eine ist Hummels. Ball jetzt zum Tor hingeschlagen. Preußen-Münster kann den Ball abwehren. Aber die Preußen haben immer noch nicht den Ball zurückgewonnen. Jetzt macht Tobi Dattai gut Druck auf den Ball. Torwart mit einem langen Ball nach vorne. Mit einer schlechten Kerze. Preußen-Münster hat den Ball da. Aber nur in Form eines Einwurfs. Kann also nicht schnell nach vorne gehen. Schöneberg sucht da jetzt eine Anspielstation. Findet sie bei Matthew Taylor. Langer Einwurf nach vorne. Der zu Diman Azarov weiter. Super gemacht. Alles auf der rechten Seite. Jetzt der Flankenwechsel zu Dennis Grote raus. Da ist Herr Gesell weiter rausgespielt. Gut gemacht. Herr Gesell könnte den Ball jetzt mal reinflanken. Tut das nicht. Spielt zurück zu Dennis Grote. Der findet Dovidat. Der muss erstmal wieder abdrehen. Und schlechter Pass jetzt von den Preußen. Und die Wachinger können dazwischen. Aber jetzt. Handspiel. Handspiel der Abgriff mehr. Ja. Freistoß für Preußen-Münster glaube ich. Aber das wäre eigentlich eine gute Möglichkeit gewesen. Für Preußen da mal richtig durchzustarten. Da hat Diman Azarov den Pfiff nicht gehört. Der war nämlich ganz klar. Vorher. Vorher. Genau. Langer Ball jetzt auf die rechte Seite raus. Schlecht gemacht. Schöneberg aber sofort dazwischen. Und es gibt Einwurf für Preußen-Münster. Ja. Die Preußen. Ja jetzt zieht sich so ein bisschen das Spiel. Also keine Tormöglichkeit mehr in den letzten Minuten. Mitte erster Halbzeit. Mit Preußen-Münster. Oh. Druckenbrot wird da. Meiner Meinung nach gefoult. Aber der Verschieds unter Pfeift. Das also nicht weiter geht es hier. Aber Haring kann auch nichts selberes machen. Muss erstmal wieder hinten rum spielen. Ball ist beim Keeper. Bei Uridara. Langer Ball jetzt auf die rechte Seite raus. Da ist der Sieger dazwischen gegangen. Super gemacht. Und jetzt suchen die Preußen hier mal eine zwingende Möglichkeit. Aber wieder schlecht gespielt von den Preußen. Und die Haringer haben die Kontermöglichkeit. Aber die Preußen haben aufgepasst. Hergesell kann den Ball klären. Spiegelt ihn zurück zu Daniel Matzow. Keine Gefahr für das Tor des SC Preußen-Münster. Gut gemacht. Gut gelöst. Von Fabian Hergesell. Und ähm. Insgesamt steht die Mannschaft da echt sehr sicher. Hinten außer dieser eine Chance haben sie nichts zugelassen. Und setzen zwischendurch auch Akzente nach vorne. Also bisher einigermaßen noch in Ordnung. Einigermaßen in Ordnung. Du sagst es. Ein paar Chancen hatten wir ja auch schon auf Seiten der Preußen. Jetzt kommen die Haringer mit Hummels. Haben ihn da. Steig gespielt in die Spitze. Aber Kirsche ist da. Und kann den Ball klären. Ein Wurf jetzt für Preußen. Münster. Weil ein Haringer Ball beim Versuch den Ball schnell nach vorne zu spielen. Noch dazwischen war. Und Schöneberg hat sich jetzt den Ball da geschnappt. Und wirft ihn ein. Zu. Daniel Masoch nach hinten. Also. Keine. Ja. Und wir haben geklingelt. Wir haben geklingelt. Und zwar führt WN Wiesbaden zu Hause gegen die Kickers Offenbach. Und Burghausen hat das 2-0 gemacht gegen Barilsberg. Also. Kurzer Zwischenstand. 2-0 gegen. Führt Burghausen gegen Barilsberg. Auch nicht schlecht für uns. Da müssen wir nächste Woche hin. Und WN Wiesbaden. Und Burghausen kommt in zwei Wochen. Ja gut. Ja. Wir denken ja von Spiel zu Spiel. Wie wir immer so schön sagen. Und WN Wiesbaden führt also 1-0 im Hessen-Derby gegen Offenbach. Ist das ein Hessen-Derby? Ist eigentlich eins, ne? Das ist ein Hessen-Derby, ja. Und zurück zum Spiel. Hier plätschert es so ein bisschen hin und her. Preußen Münster jetzt mit einer guten Möglichkeit, da mal den Ball ein bisschen schneller laufen zu lassen. Aber Dennis Grote wieder mit ein bisschen, ja, ein bisschen schönen Spielerei. Aber jetzt mal ganz super rausgespielt. Der Ball auf die andere Seite. Da ist Siegert. Der rutscht ein bisschen weg. Siegert immer noch am Ball. Versucht den Ball steig zu spielen. Hat ihn aber immer noch. Siegert mit dem Ball verzögert. Kann da nichts machen mit der Pocke. Findet da keine Anspielstation. Und jetzt der Ball wieder rausgelegt. Lang auf die rechte Seite. Schön gemacht in den Strafraum eingelegt. Da ist Nazarov. Aber die Hachinger können erst einmal klären. Druckenbrot. Wird gefoult, meiner Meinung nach. Genau. Und kriegt den Freistoß. Ja, den gibt es da jetzt an der Mittellinie. Ja, wichtig ist natürlich, dass in den Topspielen mal ein Tor fällt. Hier, wie gesagt, Haching. Ja, steht überall noch 0-0 in den Topspielen. Rostock, Karlsruhe, 0-0. Und Druckenbrot jetzt da mit dem Ball im Mittelfeld. Schöne, Bärk, schlechte Ballannahme. Glück gehabt, dass da keiner dazwischen war. Patrick Kirsch hat jetzt den Ball da an der eigenen Strafraumgrenze. Nimmt Stefan Kühne noch mit. Der findet Dennis Dom wieder defensiv im Mittelfeld. Und auch der Herr Druckenbrot ist am Ball. Jetzt rausgelegt der Ball auf die rechte Seite. Haching kann den Ball erstmal wegstibitzen. Einwurf für den SC Preußen Münster schnell ausgeführt. Und jetzt wieder rausgelegt der Ball auf die linke Seite. Aber schlecht gemacht. Abgefangen von den Hachingern. Aber die Preußen sind schon wieder dazwischen. Können den Ball zurückerobern. Da ist Schöneberg. Der hat den Ball da jetzt. Wir müssen mal aufstehen, weil vor uns wird skandiert. Steht auf, wenn ihr Preußen seid. Und dann sehen wir nichts mehr. Und der Ball jetzt wieder bei Daniel Masoch. Hinten in der eigenen Hälfte hat der Keeper jetzt da den Ball. Und Druckenbrot legt ihn raus auf die linke Seite. Doppelpaste versucht er auf dem Flügel auf der linken Seite da. Aber der Ball landet im Seitenhaus. Einwurf für Unterhaching. Und ja, wie gesagt, es plätschert und plätschert so ein bisschen das Spiel. Also wirklich hochklassig. Kein wirkliches Torspiel bisher. Naja, vielleicht erwarten wir auch immer so ein bisschen zu viel. Ich meine, da ist eine ganz wichtige Schaltzentrale im Spiel des FC Preußen Münster. Wirklich heute zum ersten Mal nicht dabei. Vielleicht muss man sich da auch erstmal dran gewöhnen, dass jetzt einer Maury Bischof vielleicht nicht so wirklich das Spiel längt, rudert und leitet. Gönnen wir der Mannschaft nochmal so ein paar Minütchen, ein paar Möglichkeiten. Jetzt der Ball nochmal rausgelegt auf die rechte Seite. Schlecht gemacht von Preußen Münster. Arjen kann den Ball immer klären, aber die Preußen können den Ball schon wieder abfangen. Ball bei Dennis Kroth. Da hat Melziv Taylor im Strafraum aufgebaut. Melziv Taylor hat den Ball dann auch immer noch. Melziv Taylor, da ist Dennis Kroth. Schuss aufs Tor. Aber in die Arme von Riederer. Keine Möglichkeit. Keine richtige Möglichkeit. Es war eher so ein Schüsschen, der dann da aufs Tor von Unterhaching kam. und die Preußen haben jetzt Oh, er hat aber schon wieder geklingelt. Es ist schon wieder was passiert. Und zwar macht Bukhausen jetzt schon das 3 zu 0 gegen Barilsberg. Genau. Und die VfB-Amateure führen... Genau, die führen auch gegen Alemannia Aachen. Ja, da gehen ganz komplett die Lichter aus, glaube ich, bei Alemannia Aachen. Die sitzen, glaube ich, schon im Keller. Alles klar, weiter geht's. Preuß Münster, linke Seite. Haben den Ball da jetzt. Dennis Kroth muss aber abbrechen. Sucht noch eine Anspielstation. Druckenbrot legt ihn raus. Auf die linke Seite da ist Benni Siegert. Auf die rechte Seite, Entschuldigung. Benni Siegert hat ihn da den Ball. Benni Siegert gegen 2. 3. Haringer gut gelöst. Da findet er die Mann. Azarov lang in die Mitte. Melziv Taylor, Kopfballverlängerung. Auf Dennis Kroth kommt nicht ganz an. Aber der Ball immer noch bei Preußen Münster. Da ist Dovidat, Dovidat, Dovidat. Immer noch Dovidat. Jetzt hat er den Ball verloren. Und die Haringer können erstmal ruhig und gelassen die Spiele aufbauen. Spielen ihn jetzt wieder zurück zum Torwart. Der lang und weit nach vorne ins Seitenhaus. Oder nicht? Nein, nicht ins Seitenhaus. Doch. Dann wieder ins Seitenhaus geköpft. Genau, wieder ins Seitenhaus geköpft. Kopfballverlängerung ins Seitenhaus. Einwurf für den SC Preußen Münster in Höhe der Mittellinie. Schöneberg hat sich die Kugel geschnappt. Sucht da jetzt wieder jemanden, den er anwerfen kann. Findet Benni Siegert. Kopfball direkt weiter zu Nazarov. Benni Siegert, Doppelpass mit Nazarov. Gut gemacht. Ein bisschen Glück dabei. Nazarov immer noch. Nazarov hat ihn da jetzt an der Strafraumgrenze. Muss zurücklegen zu Druckenbrot. Und der weiter zu Kühne. Der Ball aber immer noch in der Hälfte der Hachinger. Da ist der Gesell. Doppelpass mit Grote auf der linken Seite. Nein, kein Doppelpass. Grote kann den Ball erst einmal behaupten. Spielt ihn zurück zu Schöneberg. Der raus auf die rechte Seite zu Siegert. Aber die Flanke dann von Benni Siegert landet. Beim Hachinger auf dem Kopf. Aber Preußen Münster wieder mit Ball besitzt. Da ist Siegert. Benni Siegert schießt doch einfach mal. Der Benni Siegert Doppelpass im Strafraum. Keine Väter. Freistoß für Haching. Benni Siegert lässt sich da glaube ich fallen. Und deswegen gibt es jetzt Freistoß für Haching im eigenen Strafraum. Aber jetzt wollten sie gerade mal wieder. Ne Marco? Ja, viele schnelle Ballgewinne jetzt auch in der Hälfte der Unterhachinger. Und daraus resultieren dann natürlich Chancen. Aber jetzt konnte sie nicht genutzt werden von Benni Siegert. Ja, das macht ja nichts. Also, ich meine, wenn wir hier mit drei Punkten vom Platz gehen, ist es doch alles super. Jetzt kommen die Hachinger erstmal. Was ich noch sagen wollte, wie, ist dann auch egal. Jetzt kommen die Hachinger erstmal. Aber Preußen Münster kann das ganz souverän klären. Oh, und spielt den Ball zurück zu Daniel Masuch. Und der direkt in Seiten aus. Aber nicht irgendwo in der gegnerischen Hälfte, sondern in Höhe des Strafraums. Einwurf jetzt von Haching, schnell ausgeführter Einwurf. Stein nach vorne gespielt, in die Spitze, auf die rechte Seite, meiner Meinung nach abseits. Aber die Preußen können den Ball erstmal klären. Der Ball ist bei Daniel Masuch. Und der hat da den Ball. Prellt ihn nochmal auf. Wirft ihn jetzt ab zu Stefan Kühne. Der findet Schöneberg. Kevin Schöneberg. Und die Preußen suchen ihre Möglichkeit, vielleicht hier das 1 zu 0 zu machen. Ball rausgelegt auf die rechte Seite. Schade, der hätte ja gut weiterspielen können. Er hat gesagt zu Dennis Grote. Aber da war ein Hachinger dabei dazwischen. Jetzt hat Dennis Grote nach dem Einwurf den Ball. Und wird da gestoppt, meiner Meinung nach, mit einem Foul. Aber der Schiedsrichter lässt weiterspielen. Ja, komm, Dennis, jetzt steh auf. Und Lamanjida nicht rum. Weiter geht's. Die Preußen kommen jetzt im Rückwärtsgang ein bisschen in Schwulitäten. Aber Niemann hat Zaroff ganz clever gemacht. Spielt ihn dann zurück zum Torwart. Der zu Schöneberg. Wieder Nazaroff. Heute ein bisschen mehr Verantwortung auf seinen Schultern. Ball rausgelegt auf die linke Seite. Gut gemacht. Da ist Dennis Grote. Hat den Ball da auf der linken Seite flach eingespielt. In die Spitze da ist Matthew Taylor. Der könnte nochmal schießen. Aber legt erstmal zurück zu Druckenbrot. Der wieder raus auf die linke Seite. Da ist Dennis Grote. Doppelpass versuchen. Einklappt nicht. Ja, gesagt hat den Ball immer noch. Schön gemacht. Der muss wieder zurückspielen zu Druckenbrot. Der ganz überlegt. Raus. Mit Übersicht. Auf die linke, rechte Seite. Da ist Nazaroff und Schöneberg. Nazaroff hat den Ball. Da könnte den Ball jetzt flanken. Aufgepasst. Flank in die Mitte. Aber der geht ins Tor aus. Und du hast geklingelt. Ich habe geklingelt. Und zwar, weil Dortmunds U23 in Halle führt mit 1 zu 0. Ja, auch das ist überraschend, oder? Also, naja, gute Halle und Dortmund sind so auf Augenhöhe, was die... Genau, ja, aber Halle zu Hause gegen eine zweite Mannschaft. Ja, zweite Mannschaften sind immer schwer, finde ich. Also, da kommt vielleicht auch mal die ein oder andere Unterstützung aus der ersten Liga dazu. Jetzt kommen die Preußen. Aufgepasst. Durchs Mittelfeld. Haching hat den Ball erobert. Preußen Münster versucht ihn zurück zu erobern. Druckenbrot meiner Meinung nach mit dem V-Spiel. Aber weiter geht es. Gut gesehen vom Stützritter meiner Meinung nach. Jetzt Siegert über die rechte Seite mit ein bisschen Dampf. Siegert aufgepasst. Doppelpassversuch mit Natsa rauf. Aber der ist ein bisschen zu kurz. Der Pass. Ach, ärgerlich. Haching im Gegenzug. Aufgepasst. Nein, das wird nichts, Haching. Oder? Schöneberg. Ja, lässt sich da so ein bisschen dupieren. Aufgepasst. Jetzt Ball rausgelegt auf die rechte Seite. Da ist Hummels. Flank in die Mitte. Abgeblockt von Preußen Münster. Und es gibt Eckball für Unterhaching, den ersten in diesem Spiel. Für die Gäste. Also ein Eckball für Unterhaching. Also ganz kurz. Die Ergebnisse 0-0 in Chemnitz gegen Stuttgart. Da geht es hier auch 0-0. Burghausen gegen Babelsberg 3-0. WN Wiesbaden gegen Offenbach 1-0. Stuttgart 2 gegen Alemannia Aachen auch 1-0. Rostock-Karlsruh 0-0. Bielefeld in Osnabrück 0-0. Kurz zurück zum Spiel. Ecke ausgeführt. An die Strafraumgrenze rausgespielt. Schussmöglichkeit übers Tor. Also Osnabrück-Bielefeld 0-0. Halle gegen Dortmund 2 0-0. 0-1. 0-2-1. Oh, Entstein. Das ist... Da bin ich ja so ein bisschen... Gerade noch verkündet. Richtig, Entschuldigung. Ja, und gestern eben Heidenheim gewinnt. 3-0 gegen Saarbrücken. Und... Breuselmünze splätschert wirklich dahin. Es ist ein absolut langweiliges Spiel. Ich muss dazu sagen, vielleicht hört es sich im Radio ein bisschen anders an, aber es ist wirklich, wirklich ein langweiliges Spiel. Beide Mannschaften wirklich mit Abtasten beschäftigt. Mit... Ja, mit der Angst im Rücken so ein bisschen ihren Fehler zu machen. Das hemmt natürlich die beiden Teams extrem. Jetzt Haring gut in die Spitze gespielt, den Ball rausgelegt. Auf die linke Seite aufgepasst. Schöneberg kann den Ball abblocken. Es gibt den nächsten Eckball für Haring. Und wir sind in der 35. Minute. 36. Minute. Entschuldigung. Und... Es gibt... Eckball diesmal von der anderen Seite. Für unter Haring. Haben wir jetzt da den Ball sich zurechtgelegt. Eckball wird zum Tor hingeschlagen. Ich kann Ihnen nicht sagen, wer da steht. Aber an der Eckfahne. Der Ball kommt jetzt herein. Daniel Masuch könnte mal rauskommen. Klebt aber auf der Linie. Aufgefasst. Preußen-Münster-Truckenbohr dann den Ball gegen zwei Haringer. Spielt ihn da überlegt. Raus. Aber ein bisschen ungenau. Probleme bei der Ballannahme von Unterharingen. Die haben jetzt immer noch den Ball auf der linken Seite. Ball eingespielt. Aber da ist Daniel Masuch. Uh, das war ein bisschen brenzlig. Da hätte auch einer dazwischen greifen können. Ja. Früh den Ball wieder verloren. Ist ärgerlich. Und dann eine scharfe Flanke in die Mitte. Aber Gott sei Dank ist Daniel Masuch auf seinem Posten. Der heute mit einem verletzten Finger spielt. Ich glaube ein Kapselriss oder Kapselprobleme waren es, die ihn da belastet haben. Hoffen wir, dass das in Ordnung geht. Bisher musste er wirklich nur einmal richtig brenzlig eingreifen. Das war aber auch eine richtig klasse Parade. Jetzt kommt der Siprois-Münster über die rechte Seite. Benny Siegert. Abgeblockt der Ball. Da Einwurf findet der Siprois-Münster. Und Durvidan hat den Ball. Jetzt in der Mitte. Da ist Stefan Kühne. Raus auf Dennis Grote. Der wollte es schnell machen. Schnell nach vorne. Aber die Haringer mitten im Bein dazwischen. Und wieder Einwurf. Aber wir diesmal auf der anderen Seite für die Preußen. Dennis Durvidan hat dann den Ball. Ne, Hagesell war das. Flank in die Mitte. Am zweiten Pfosten lauerte Dimana Zaroff. Nochmal die Chance da ist. Dimana Zaroff nimmt ihn direkt, Junge. Schuss abgeblockt. Ah. Da muss man mal das Risiko haben. So wie beim 1-0 gegen die Stuttgarter Gegners den Ball direkt zu nehmen. Nicht erst annehmen. Jetzt die Preußen wieder über die rechte Seite. Gut gemacht. Vom STP. Aber die Haringer können den Ball erstmal abwehren. Vorsicht. Konter. Gefahr. Vom ST Preußen Münster. Aber jetzt sind sie sortiert hinten. Steiner Ball in die Spitze. Stefan Kühne ist da. Und kann den Ball klären zum Einwurf. Jawohl. Einwurf für unter Haringen in Höhe des Strafraums. Schnell ausgeführter Einwurf. Und jetzt kommt die Flanke in die Mitte. Da ist Kirsche. Kann den Ball abblocken. Aber erstmal eine Kerze. Aufgepasst. Haringen weiter in den Ball besitzt. Und die Preußen können den Ball nicht erobern. Die haben aber jetzt erstmal Haringen dazu gezwungen. Den Ball zurück in die eigene Hälfte zu spielen. Jetzt kommen sie aber schon wieder nach vorne. Steifers abgeblockt. Aber jetzt kommen die Preußen über die rechte Seite. Da ist Benni Siegert. Der könnte 5, 6 Meter noch gehen. Benni Siegert. Die linke Seite. Da ist Taggesell auf der linken Seite. Dennis Grote. Steiler Ball in die Spitze. Da hat Mattel Taylor. Schussmöglichkeit mit Mattel Taylor. Aufgepasst. Flank in die Mitte. Da ist Nassauroff. Jetzt steht zurückgelegt. Zu. Dobidat war es glaube ich. Gute Möglichkeit. Aber die Haringer waren aufmerksam. Und konnten den Ball vor der Schussmöglichkeit klären. Jetzt kommen sie da über die rechte Seite. Linke Seite. Schuldigung. Aufgepasst. Haring. Langer Ball. Ganz ganz harmloser Abschluss. Ja. Also war eher ein Pass als ein Schuss aufs Tor. Deswegen habe ich gesagt langer Ball. Aber es war ein Schuss aufs Tor. Und. Ja. Also. Preußen Münster bemüht. Hier das ein oder andere Akzentchen zu setzen. Ich sage extra Akzentchen. Weil so richtig zwingend ist das leider noch nicht. Jetzt langer Ball nach vorne. Auf der. Auf der Zocker. Auf der Mitte. Mit einer schlechten Ballannahme. Und deswegen landet der Ball im Tor aus. Im Seiten aus. Entschuldigung. Aber die Preußen schon wieder bemüht. Den Ball zurück zu erobern. da Schöneberg und Siegert gegen einen Hachinger alleine gegen Marius Wildsch. Aber der Hachinger lässt sich fallen und kriegt den Freistoß zugesprochen. Und dementsprechend jetzt Standardsituation in der eigenen Hälfte für Unterhaching. ist schon ausgeführt. Ball zurückgelegt zum eigenen Torhüter. Der spielt den Ball da lang nach vorne. Jetzt Kopfballduell im Mittelfeld. Meiner Meinung nach auch ein V-Spiel. Aber die Schiedsrichter sagen hier, nee, nee, war nix. Gucken sich da gegenseitig an. Und langer Ball jetzt nach vorne. Aber Hachinger, sehr unpräzise. Dennis Grote kann den Ball mit dem Kopf zurücklegen zu Daniel Masuch. Der spielt ihn weiter zu Druckenbrot. Raus jetzt gelegt. Den Ball auf die rechte Seite. Da ist Schöneberg steil auf Benny Siegert. Aber der kann den Ball nicht erreichen. Bisschen zu steil. Und jetzt ist Hachinger wieder im Vorwärtsgang aufgepasst. Hachinger mit der Möglichkeit. Aber nein, der Preußenabwehrblock hat aufgepasst. Und jetzt haben sie wieder leichtfertig den Ball verkendet. Den Ball im Mittelfeld. Die Grünen aufgepasst. Aber wieder ist Kirsche da und kann den Ball ganz locker, flockig. Easy peasy. Zurückspielen zu Daniel Masuch. Der raus, hoch und weit raus auf die rechte Seite. Da ist Diman Azorov gegen zwei Hachinger. Diman Azorov wird gehalten. Kann sich lösen. Und jetzt gibt es wieder ein Tor. Zwei sogar. Und zwar Wien-Wiesbaden hat das 2-0 zu Hause gegen Offenbach gemacht. Und Flanke in die Mitte. Aber da ist niemand. Riederach kann den Ball. Also Wien-Wiesbaden zu Hause gegen Offenbach. 2-0. Und Aachen macht den Ausgleich beim VfB 2. Ja, die sind wahrscheinlich wieder ins Erdgeschoss aufgestiegen. Auf gut Deutsch gesagt. Also vom Keller ins Erdgeschoss. Haben wahrscheinlich gerade die Energiesparlampanen gemacht. Und Schöneberg hat da jetzt den Ball. Und es gibt Einwurf für und da hängen. Und die spielen sich die Pocke jetzt da erstmal in der Mittelfeld ein bisschen ruhig zu. Und Preußen Münster kann ihn erobern. Jetzt könnte es mal schnell gehen. Aber da müsste Taylor auch ein bisschen auf den Ball zugehen. Kann ihn aber jetzt erstmal wieder zurückerobern. Aber die Preußen versuchen das Spiel ruhig und gelassen aufzubauen. Spielen jetzt erstmal wieder hinten rum. In der eigenen Hälfte. Schöneberg hat da den Ball. Und sucht eine Anspielstation. Findet sie derzeit nicht. Muss wieder ausweichen auf die eigene Abwehrreihe. Und da ist Dovidat oder Jageselles ist es, Entschuldigung. Die sehen sich auf dieser Distanz sehr, sehr ähnlich. Wenn man da die Nummer nicht sieht. Schöneberg jetzt auf der rechten Seite hat er den Ball. Sucht eine Anspielstation. Findet Dovidat, Dennis Dovidat, der einen akzeptablen Job macht. Auf gut Deutsch gesagt. Jetzt ist Grote da auf der anderen Seite vollkommen frei. Kriegt auch den Ball da auf der linken Seite. Flügelwechsel vom SC Preußen Münster. Gut gemacht. Dennis Grote gegen zwei Hachinger. Wird gefoult meiner Meinung nach. Kriegt aber noch nicht mal den Einwurf. Und das wundert mich. Dich auch? War das ein Einwurf für Preußen Münster? Ich würde sagen, ja. Das war ein Einwurf für Preußen, ja. Aber ein Foul war es nicht, wie du gesagt hast. Ja, ich bin da immer so ein bisschen mit der grünen Brille ausgestattet. Das ist ja auch vollkommen in Ordnung beim Fernradio. Jetzt haben die Hachinger erstmal den Ball wieder lang und weit nach vorne geschlagen. Preußen Münster ebenfalls lang und weit nach vorne. Und jetzt können die Hachinger erstmal mit dem Kopf klären auf Kosten eines Einwurfs. Alle Preußenspieler jetzt in der Hälfte des Gegners. Herrgesell auf Sieger hat gut gemacht. Rausgelegt den Ball auf die rechte Seite. Da ist Natsarov. Natsarov könnte schießen. Da ist Grote. Denn es ist Grote. No, Hosten. Hosten. Halleluja. Da war die erste so richtig dicke Möglichkeit. Oh. Also ganz kurz. Ball da gut rausgelegt auf die rechte Seite. Dann Benni Figan in die Mitte reingespielt. Auf Natsarov. Der dann einfach blind in die Mitte sozusagen. Und der Ball rutscht durch auf die linke Seite zu Dennis Grote. Und der steht völlig blank und setzt den Ball an den Pfosten. Ärgerlich. Manometer. Das wäre es gewesen hier. Kurz vor der Pause. 45. Spielminute sind wir schon. Das wäre es gewesen. Hier das 1 zu 0 zu machen. Und die Preußen kommen jetzt über die linke Seite aufgepasst. Aber da sind natürlich auch ein paar Achinger, die da den Ball haben wollen. Und wir pfeifen pünktlich ab. 45 Minuten sind gespielt. Der SC Preußen Münster. Und unter Ahringen erst einmal 0 zu 0. Alles klar. Hallo und herzlich willkommen zur zweiten Halbzeit beim Spiel. Der SC Preußen Münster gegen die Spielvereinigung und Ahringen. Marco ist immer noch an meiner Seite. Und ja, wir hoffen auf Tore. Zur zweiten Halbzeit wird also dementsprechend jetzt die Spielvereinigung anstoßen. So, es gab weitergegeben in der zweiten Halbzeit. Und beide Teams sind unverändert. Es wurde nicht gerechselt. Genau. Keine Wechsel. Wir hören es gerade über die Außenmikrofone. Keine Wechsel. Und vielleicht könnte der Herr vor und zu freundlich sein und sich wieder hinsetzen. Dann sehen wir nämlich auch etwas. Und jetzt geht es los. Zweite Halbzeit Preußen Münster gegen Unter Ahringen. Und die Preußen machen erst einmal wieder Druck auf den Ball. Versuchen da... Weiter geht es. Weiter geht es. Demals erobern die man ab Tag auf mit der Möglichkeit. Schussmöglichkeit. Schießt aufs Tor. Aber zu wenig Druck. Ganz frühe Möglichkeit. Und das wäre es gewesen. Legt er sich auch noch auf den schwachen Linken. Manometer. Manometer. Ah, halleluja. Das war die Möglichkeit da, ganz, ganz früh nach der Pause in Führung zu gehen. In der 46. Spielminute. Aber das hat er nicht ganz so ideal gemacht. Preußen kommt jetzt wieder. Müssen den Ball aber erstmal zurücklegen. Also nochmal ganz kurz zu der Situation. Ahringen spielt den Ball nach dem Anschluss zurück. Preußen kann den Ball erobern. Und ist dann überfallartig am Strafraum, die man dann darauf legt. Sich den Ball dann auf den schwachen Fuß und zieht aufs Tor ab ohne Druck. Aber jetzt Dennis Grote flach eingespielt in die Mitte. Da ist aber dann ein Ahringer-Bein dazwischen. Und die Preußen, die wollen hier früh für das Tor sorgen. Jetzt kommt Herr Ahringer mal mit dem langen Ball nach vorne. Aber dann läuft überhaupt niemand mit. Und deswegen tickt der Ball mehrfach auf. Und landet bei Daniel Wasuch in den Händen. Also gar keine Probleme hier den Ball dann entgegenzunehmen. Ja. So kann es weitergehen auf jeden Fall. Und ich muss mich wieder mal ein bisschen lauter stellen, glaube ich, oder so. Damit wir uns wieder gegenseitig hören. Marco hält uns wieder natürlich immer auf dem Laufenden, was es in anderen Stadien so zu berichten gibt. Und der Ball hat den Ball jetzt da in Form von Druckenbrot. Langer, ein diagonaler Ball nach vorne. Aber den kann der schnelle Benni Siegert nicht erreichen. Schlechter Ball jetzt da von Schöneberg. Direkt in die Beine gespielt den Ball. Preußen-Münzer muss aufpassen. Kann sich nur mit einem Fall wehren. Und deswegen gibt es Freistoß für und darin in Höhe der Mittellinie. Ja, das ist so 50 Meter Torentfernung. Aber bisher ist auch auf den anderen Plätzen, so wie wir das hier sehen, nicht viel passiert. Einige sind noch nicht mal angefühlt in zur zweiten Halbzeit. Ja, und jetzt müssen wir aufpassen, ein bisschen aufs Spiel da. Preußen-Münzer ein Bedrängnis am eigenen Strafraum. Können den Ball aber klären. Und es gibt Tor-Abstoß für Daniel Masoch, für den SC Preußen-Münster. Ja, und ich hoffe, dass ihr gut über die Halbzeit gekommen seid. Ich will jetzt gar nicht, wir haben noch gar nicht guckt, wie viele hier zuhören. Da haben wir noch gar nicht draufgegangen. Müssen wir gleich mal gucken, wer das neu geladen hat. Aber jetzt kommen die Preußen erst einmal. Ne, jetzt kommen sie nicht. Jetzt kommt Unterharingen überfallartig nach vorne. Aber Preußen kann den Ball erst einmal wieder klären. Die Haringer haben immer noch den Ball da in der Preußen-Hälfte. Und jetzt kann Preußen-Münster den Ball erobern. Jetzt könnte es mal schnell gehen über den schnellen Siegart. Und der wird gefoult, meiner Meinung nach. Aber der Schiedsrichter hat überhaupt keine Anstanden hier gemacht, auf Foulspiel zu entscheiden. Weiter geht's. Aufgepasst Preußen-Münster. Haringer den Ball. Langer, hoher Ball nach vorne ins Mittelfeld. Sie können dabei erst einmal nichts damit anfangen. Die Haringer müssen ihn rausspielen auf die linke Seite. Und Preußen-Münster gut dazwischen gegangen. Könnte jetzt mal vielleicht mit ein bisschen schnellen Kombinationsspiel den Ball in Richtung Tor treiben. Da hat Matthew Taylor aber noch 20 Meter Torentfernung. Ball rausgelegt auf die linke Seite. Ungenau, da kann Herr Gesey nicht hin. Gratscht aber trotzdem in die Rechte, in die Hände, weil das die richtige Entscheidung war. Entschuldigung. Die Preußen kommen jetzt nochmal. Ja, Gesey da, gut. Versucht er da, an einem Haringer Spieler vorbeizukommen. Der Ball immer noch im Spiel. Und es gibt Torabschluss. Torabschluss, richtige Entscheidung. Ja, war in Ordnung. Also, muss man wirklich so sagen. War in Ordnung, geht in Ordnung. Und die Preußen kommen gut aus der Halbzeit. Kommen gut und frisch aus der Halbzeit, wie eben auch. Also da war, wie in der ersten Halbzeit auch, direkter Wille der A, das Tor zu erzielen. Aber, wie gesagt, die Möglichkeit, die Natsach auf der Harte, die... Die Halbzeitansprache hat angeblich oder anscheinend gefruchtet von Pavel Dotschev. Richtig, die hat gefruchtet. Jetzt langer Ball nach vorne. Aber da ist wieder ein Haringer Kopf dazwischen. Können den Ball erst einmal klären. Und die Haringer spielen den Ball jetzt da durchs Mittelfeld. Aufgepasst, Preußen Münster. Schöner Ball, schöne Kombination da. Preußen Münster, Ball rausgelegt von Haringer auf der rechten Seite. Ball zum Strafraum zurückgelegt. Preußen Münster kann den Ball erobern. Natsach auf der linken Seite hat den Ball da jetzt. Versucht dagegen zwei, drei Haringer sich durchzusetzen. Kriegt den Ball wieder zurück. Gut gemacht. Natsach auf. Spielt auf Matthew Taylor ein bisschen ungenau. Aber der Ball... Nein, abseits. Matthew Taylor war im... Abseits. Und es gibt Freistoß für unter Haring. Natürlich. Und die Preußen können den Ball erobern. In der eigenen Hälfte haben sie ihn da jetzt. Spielen raus auf die linke Seite. Schlechter Ball nach vorne. Dennis Grote rutscht auch noch aus. Und deswegen hat Haringer gar keine Probleme, den Ball da irgendwie zu erobern. Langer Ball jetzt vom Keeper nach vorne. Da ist Stefan Kühne. Der kriegt den Ball ja jetzt von Riederer direkt in die Füße gespielt. Über 50, 60 Meter. Jetzt kommen die Preußen über die rechte Seite. Da ist Schöneberg. Der sucht eine Anspielstation. Lumpft. Schubft den Ball so ein bisschen nach vorne auf Natsach auf. Der kann ihn nicht erreichen. Aber die Haringer können den Ball auch nicht wirklich kontrollieren. Amina jetzt auf der linken Seite versuchen, den Ball da nach vorne zu spielen. Kriegen das nicht wirklich hin. Jetzt kommt der Ball nach vorne. Da hat es Kirsche und kann ihn abfangen. Und Schöneberg klärt ihn dann. Oder wie man es auch immer nennen will. Ja, ein bisschen unbeholfen in Zeiten aus. Ja, du sagst es. Ein bisschen unbeholfen. Das ist hier die richtige Aussage. So, Preußen Münster versucht jetzt da das Spiel wirklich ein bisschen schneller zu gestalten. Enes Grote, langer, schneller Ball auf Natsach auf nach vorne. Aber da ist ein Haringer Verteidiger und kann den Kopf mit dem Kopf zum Torwart zurückspielen. Der hat schnell weitergespielt. Aber Preußen Münster wieder aufmerksam. Aufmerksam und können den Ball erst einmal abwehren. Kirscher hat ihn da jetzt in der eigenen Hälfte. Und auch spielen da in Zeiten aus, unnötigerweise. So was muss ja nicht sein. Aber der Einwurf landet dann in den Armen von Daniel Masoch. Auch Glück gehabt. Da wird ja auch ein Haringer nochmal zwischengrätschen können oder so. Aber jetzt kommen die Preußen da über das Mittelfeld. Hier unten rechts, unten links ist Dennis Grote völlig frei und schreit auch mal an. Gib mir doch mal die Bocke. So, jetzt spielen wir noch raus auf die linke Seite auf Dennis Grote. Ja, das ist viel zu spät. Jetzt Herr Gesell da mit Dennis Grote zusammen und das ist ungenau gespielt. Und es holpert so ein bisschen beim FC Preußen Münster. Es holpert wirklich, Marco. Ja, also ich finde aber trotzdem, die ersten Minuten hier sind doch wieder ganz ansprechend. Da ist aufgepasst. Preußen Münster über die rechte Seite. Da ist Sigat, glaube ich, ist das. Benny Sigat sucht eine Anspielstation. Findet keine, weil ein Haringer Spieler am Boden liegt. Jetzt spielen die Preußen den Ball fairerweise in Seiten aus, um da eine Behandlung, eine mögliche Behandlung zu ermöglichen. Oh, und ich sehe gerade, die ganze Zeit läuft die Mucke noch. Das tut mir leid, wenn das nebenbei lief. Der eine Player war noch an. Ist mir nicht aufgefallen. Ja, die Zuschauerzahl, die Zuschauerzahl, die die präsentiert von der Firma X. Ja, die Zuschauerzahl sind 8.710. Also, da sagen wir, da lagen wir mit unseren 6.7.000 doch 1.000 daneben. Also, 8.710 Zuschauer wollen sich heute dieses Spitzenspiel angucken. Jetzt langer Ball nach vorne in die Spitze, auf die man hat, zack, auf. Aber der Ball landet den Seiten aus und deswegen gibt es einen Wurf für Unterharing. Aber die Preußen können den Ball schon wieder erobern, in der Hälfte der Haringe aufgepasst. Aber die klären den Ball jetzt erstmal wieder, haben den jetzt auf der linken Seite aufgepasst. Preußen Münster. Aber, das haben sie gut gemacht. Preußen Münster klärt den Ball zum Torwart zu Daniel Masoch. Langer Ball jetzt, langer Abschlager vorne zu, ja, wer war das? Schöneberg, aber der kommt auch nicht wirklich an den Ball. Und es gibt einen Wurf für Preußen Münster in der Höhe der Mittellinie. Langer Einwurf jetzt auf Patrick Kirsch in die eigene Hälfte. Der nimmt Kühne noch mit und schlechter Ball vor dem Stefan Kühne auf Hergesell. Gut abgefangen von Unterharing. Die laufen jetzt da auf dem rechten Flügel. Steiler Pass in die Spitze, flach eingespielt, aber die Preußen können erstmal abwehren. Und jetzt läuft vielleicht der Konter und Langer, Diago, ja, nach vorne. Auch Matthew Taylor gegen den Torwart. Matthew Taylor, wenn die Sieg hat nochmal. Langer Ball nach vorne, nein, kein, ja, was ich sagen wollte, war, ja, der Torwart war wegen dem langen Ball nach vorne, aus dem Tor raus. Und Benny Siegert hat diese Kopfballabwehr vom Torwart direkt auf die Füße bekommen, hätte direkt abspielen oder aufs Tor schießen können, aber verzögert da nochmal. Ärgerlich. Und da ring jetzt mit dem langen, weiten Ball nach vorne. Aber Preußen Münster kann erstmal zur dritten Ecke für die Gäste klären. Ah, ärgerlich. Jetzt kommen die Fans auch wieder, also aufgeweckt durch diese guten Spielzüge. Ja, aber was ich sagen wollte, war, der Siegert hätte den Ball noch ganz einfach direkt nehmen können und aufs Tor schießen können. Ob er dann daneben geht oder nicht, ist scheißegal, aber zumindest der Versuch wäre das Entscheidende gewesen in meinen Augen. Da hat er wahrscheinlich den Mut nicht besessen. Naja, jetzt Eckball für Unterhaching, hoch und lang reingeschlagen, Daniel Masoch ist da. Und wird angegangen in dem Strafraum, im 5-Meter-Raum. Und deswegen gibt es zu Recht hier Freistoß. Zwei Unterhachinger-Spieler laufen jetzt zu ihrer Bank, werden wahrscheinlich gleich eingewechselt. Ja, das kann wohl gut aus durchaus sein. Ich glaube, so ein Adi Wakumenga oder ein Marco Königs würden dem Preußen-Spiel jetzt auch mal ganz gut tun. Und jetzt hat der Herr Schiedsrichter noch irgendwas zu meckern. Ich weiß nicht was, aber der Freistoß ist immer noch nicht ausgeführt. Jetzt in diesem Moment schlägt Daniel Masoch den Ball nach vorne. Kopfball-Duell da im Mittelfeld kann nicht gewonnen werden. Haring hat immer noch den Ball. Und sucht da die Anspielstation. Aber die Preußen können klären, beziehungsweise Haring hat den Ball jetzt ausgeschlagen. Und Kühnel kriegt jetzt den Ball beim Einwurf zugeworfen. Herr Gesell hat ihn da jetzt auf der linken Seite planlos steil nach vorne gespielt. Unglücklich. Und es gibt Torabstoß, jawohl, weil der Ball nach vorne gespielt worden ist. Und er landet dann im Seitenhaus. Und deswegen der Torabstoß dann. Und jetzt gibt es die beiden vorausgesagten Wechsel von mir. Einmal kommt der Spieler mit der Nummer 9, Manuel Fischer, ins Spiel. Für den Spieler mit der Nummer 7, Stefan T. Und der Herr Florian Niederlechner mit der Nummer 11 kommt ins Spiel. Für wen hast du es gesehen? Für den Spieler mit der Nummer 23, Markus Schraben. Ne, der bleibt drin. Der bleibt drin? Der hat sich nur ein Erfrischungsgetränkter an der Seitenlinie geholt. Wer ist denn rausgegangen? Rausgegangen, die Nummer 18 ist rausgegangen. Nummer 18? Ne. Dominik Rohracker. Doch, Dominik Rohracker ist rausgegangen. Also der erfolgreichste Torschütze der Hachinger. Jetzt also raus. Und dafür im Spiel Niederlechner und Fischer. Notieren wir uns kurz. Und weiter geht's mit dem Spiel. Hachinger hat den Ball im Mittelfeld. Sucht die Anspielstation. Findet sie nicht. Preußenmünster macht gut Druck auf den Ball. Kann ihn jetzt erobern im Mittelfeld. Und die Preußenfans ärgern sich jetzt so ein bisschen darüber, dass es nicht schnell genug nach vorne geht. Aber jetzt muss Grote da erstmal sich gegen zwei behaupten. Dann schießt er einen Hachinger ab. Und der Ball landet glücklicherweise bei Dovidat. Jetzt der Ball rausgelegt von Preußenmünster auf die rechte Seite. Da ist Benni Siegert gegen ein, zwei Hachinger. Und es gibt keinen Freistoß für Preußenmünster. Also da hätte ich vielleicht doch die ein oder andere Situation gehabt, wo ich nicht konform gehe mit dem Schiedsrichter. Ja, es hat geklingelt. Das ist die Torklingel. Und zwar im Topspiel Rostock gegen Karlsruhe führt Karlsruhe jetzt mit 1 zu 0. Und Offenbach hat den Anschluss bei Wien-Wiesbaden gemacht. Ja. 2-1 da. Also das erste Topspiel an diesem Tag hat also ein Tor. Bei Osnabrück gegen Bielefeld steht es immer noch 0 zu 0. Und die Preuze müssen aufpassen. Und dahin kommt über die linke Seite aufgepasst. Aber da ist Druckenbrot und er stellt den Ahringer abseits. Es ist der neue Mann, glaube ich, gewesen. Nee, es war nicht der neue Mann. Es war... Luca Odak war das. Odak. Der da im Abseits stand und es gibt Freistoß für den SC Preußen Münster. Kurz ausgeführt von Daniel Masoch auf Jens Druckenbrot. Der nimmt Kühne noch mit, Herrgesell. Der wieder zurück zu Kühne. Und der jetzt zu Patrick Kirsch. Alles in der Hälfte des SC Preußen Münster. Und alles quasi, ja, so ein bisschen ruhig und beheblich. Jetzt ein langer Ball nach vorne. Ziemlich planlos. Und die Ahringer Abwehr ohne Probleme diesen langen Ball abzuwehren. Jetzt aufgepasst. Gegenzug. Ball rausgespielt. Lang und hoch auf die linke Seite. Ahringer hat den Ball da schon im Strafraum. Schussversuch. Ahringer war noch im Ballbesitz. Patrick Kirsch hat aufgepasst. An den Ball klären. Und jetzt kommen die Preußen da über Benny Siegert. Rechte Seite. Könnten den Ball da schneller rausspielen. Auf Dennis Grote vielleicht hier unten. Auf die linke Seite rausspielen. Jetzt der Schussversuch aus 25.30 Meter Torentfernung. Abstoß vom Tor des SC Preußen Münster. Weil der Ball deutlich in das Tor ging. Aber jetzt liegt da ein Ahringer Spieler. Und hält sich das Gesicht. Warum auch immer. Und die Preußen haben den Ball jetzt da auf der linken Seite. Ball ins Mittelfeld reingespielt. Mette Taylor hat sich ja fallen lassen. Versucht den Ball so ein bisschen selber nach vorne zu treiben. Jetzt Ball rausgelegt auf die linke Seite. Da ist Schöneberg. Der könnte den Ball mal flanken. Tut das nicht. Zieht nach innen. Schöneberg. Schuss aus der zweiten Reihe. Und der geht so 5, 6 Meter über das Tor. Oder ja. Ja, aber kann man auch mal versuchen. Also wenn es mit dem Kurzweilspiel nicht geht. Dann auch mal ein Schuss aufs Tor. Ja, sehe ich ähnlich. Also bin ich deiner Meinung. Und die Preußen müssen weiterhin druckvoll bleiben. Müssen weiterhin ihr Spiel nach vorne spielen. Sich nicht irgendwie von diesem Zerstörungsspiel der Ahringer anstecken lassen. Und ja, der Schiedsrichter, Marcel Unger. Ja, findest du das eine gute Figur, Makrode hier? Ähm, ich denke in ein, zwei Situationen hätte man anders entscheiden können. Aber grundsätzlich ein gutes Verhalten des Schiedsrichters. Wenn du sagst, dann glaube ich dir das mal. Du bist ja auch schließlich da. Oh. Jetzt, äh, eine böse Situation für den FC Preußen. Nichts, seit die man hat, darauf bleibt liegen. Aber der Ball könnte rausgespielt werden können. Auf die linke Seite zu Dennis Grote. Aber sehr ungenau. Die Preußen, äh, jetzt müssen sie aufpassen. Mit, äh, drei, vier Leuten nur hinten. Jetzt, äh, kommen die Ahringer überfallartig. Stein nach vorne gespielt. Kein Abseits. Aber die, äh, Nummer neun von Ahringer hat da Probleme. Manuel Fischer den Ball anzunehmen. Und, äh, die Preußen können den Ball zurückerobern. Jawohl. Und die Mann hat, darauf steht, auch schon wieder auf den Blick wieder gefault. Da muss er die gelbe Karte zogen. Ja, weil da war er durchgewinnt. Auf der linken Seite vollkommen frei. Und jetzt gibt es die gelbe Karte für den Spieler mit der Nummer, komm, dreh dich um. Mit der Nummer sechs, wenn ich das richtig sehe. Oder sehe ich das? Ne, die Nummer acht ist es. Acht war es. Yasin Yilmaz. Und der richtige gelbe Karte. Und, äh, Heise kommt für Dovidat. Also, Philipp Heise kommt ins Spiel für Dennis Dovidat in der 64. Spielminute. Und Dovidat geht, wie gesagt, aus dem Spiel. Hat eine ganz ordentliche Leistung gebracht. Ist natürlich auch schwierig. Den allumschwärmenden Amori Bischof zu ersetzen. Natürlich. So, Freistoß ausgeführt aus dieser Situation da mit Dima Nazarov. Ball jetzt zurückgelegt in die eigene Abwehrreihe. Wieder langer Ball nach vorne und wieder bringt das nichts ein. Vielleicht kann Philipp Heise so den ein oder anderen Akzent nach vorne sitzen. Nach vorne setzen. Das wär's ja. So, die Preußen jetzt. Dennis Grote rückt in die Mitte. Philipp Heise auf die linke Seite. Okay. Ja, ich seh's auch. Also, Grote jetzt ein bisschen zentraler. Mit dem Ende zum ersten Mal in Bedrängnis. Heise jetzt zum ersten Mal am Ball auf der linken Seite mit gefault. Und das war wieder, ja, Sinilmaz, der da gefault hat. Und muss aufpassen, dass er da nicht irgendwann die gelb-rote Karte bekommt. Und Preußen jetzt in der eigenen Hälfte haben den Ball da wieder. Spielen sich Dennis Bällchen erstmal ruhig und gelassig zu. Und jetzt der Ball raus auf die linke Seite zu Philipp Heise. Der versucht weiterzuleiten, aber ein Nachhängerbein ist dazwischen. Und die können den Ball erstmal klären auf Fischer. Aber der ist nicht schwer genug für Stefan Kühne. Und der kann den Ball ablaufen. Den Ball immer noch bei Preußen Münster rausgelegt. Jetzt auf die linke Seite, rechte Seite. Da ist Benni Siegert. Benni Siegert steil nach vorne. Da ist nach darauf wieder Benni Siegert. Ah, ärgerlich. Schlägt er so ein bisschen über den Ball. Aber Preußen immer noch im Ball besitzt. Dennis Grote ausgewichelt auf die linke Seite. Dennis Grote immer noch. Ball reingespielt in die Mitte. Ein bisschen zu schwach. Ärgerlich. Aber die Preußen immer noch im Ball besitzt. Zurück gehen jetzt in diesem Moment. Da ist der Gesell. Der spielt auf Heise. Doppelpass mit Grote. Nein. Funktioniert nicht. Und es gibt einen Wurf für... Unterring. Ja. Richtige Entscheidung. Glaube ich schon, ja. Da war Große, glaube ich, noch dazwischen. Oder Heise. Ich hatte es nicht mehr ganz im Kopf. Hat sich auch nicht beschwert. Und jetzt gibt es eine gelbe Karte für Dennis Grote. Da bin ich mir ganz sicher. Die Attacke kam von hinten gerade. Und jetzt redet der Schütze da mit ihm. Er mag ich nur. Halleluja. Ich muss da ein bisschen schmunzeln, weil die Attacke war von hinten. Der Ball war weg. Hätte man durchaus zücken können, ja. Ja. Aber jetzt der lange Ball von Aring nach vorne auf Stefan Kühne. Und der weiter zu Daniel Masoch. Da ist Grote. Er hat den Ball jetzt da. Er legt ihn zurück zu Schöneberg. Der raus zu Fabian Agesell. Der sucht wieder eine Anspielstation. Findet Druckenbrot. Der weiter zu Kühne. Rausgelegt. Den Ball auf die linke Seite. Entschuldigung. Da ist es wieder Dennis Grote. Der sucht jetzt auch so ein bisschen die Entscheidung. Heiser hat den Ball da auf der linken Seite. Könnte vielleicht mal eins gegen eins gehen. Flanke in die Mitte. Da ist Mephefehler. Am zweiten Post hin. Kein Elfmeter. Wartet noch. Ja, kein Elfmeter. Wartet noch. Ein Preußenspieler. Eine Situation. Seltsam. Auf jeden Fall lag Mephefehler plötzlich im Strafraum. Jetzt Schuss aus der zweiten Reihe von Dennis Grote. Und da war wirklich mehr drin. Aber Elfmeter war es nicht. Nee, das ist wirklich zu wenig für den Elfmeter. Da bin ich mir sehr sicher, dass das kein Elfmeter war. Und Hachingen. Hachingen wieder mit zwei, drei Mann vorne. Versuche das Spiel schnell zu machen. Aber jetzt hat er das da mit zwei Preußenspielern in der Nähe der Eckfahndel zu tun. Auf der linken Seite. Die können den Ball erobern. Die Preußen kommen über die linke Seite. Da ist Philipp Heise. Der macht einen guten Job. Gewinnt das Duell da auf der linken Seite. Gut gemacht Philipp Heise. Aber da ist es auch noch ein Rängerbein dazwischen gewesen. Der macht jetzt richtig Alarm da auf der linken Seite. Super gemacht. Und jetzt gibt es So, der Schieße wird er jetzt an. Eins, zwei, drei Foulspiele. Dennis Gode kriegt jetzt die gelbe Karte. Ja, das geht in Ordnung. Also muss man ganz klar so sagen. Das geht in Ordnung. Und Ich habe dich gerade versehen, dich mit meinem Kugelschreiber angemalt. Kein Thema. Ich denke, das geht raus. Schickt dir die Rechnung. Rechnung aus der Reinigung. Genau. Jetzt ein langer Ball nach vorne von Haching. Direkt zu einem Mitspieler. Gut gemacht. Grote hat wieder gefoult. Das ist jetzt los. Ne, ein Handspiel war es, glaube ich. Gesehen habe ich es auch nicht. Aber Schiedsrichter zeigt Handspiel an. Gute Freistoßposition für die Hachinger. 30 Meter Torentfernung. Zentrale Position. Halb. So leicht. Halb rechts. 69. Spielminute. Aber ich glaube, dass der Ball nicht direkt aufs Tor kommt. Da bin ich mir sehr sicher. Ja, ich habe es alles im Griff hier. Ich dachte nur, du hättest geklingelt. Mache ich sofort. Wir warten eben noch den Freistoß ab. Wir warten eben noch den Freistoß ab. Freistoß nicht direkt aufs Tor, sondern in den Pulk. So, da kommt die Klingel. Jetzt klingelt es auch. Jawohl. Und zwar Chemnitz. 2-0 führen die gegen die Stuttgarter Kickers. Ja, das ist natürlich überraschend, dass das so flott ging. Und für Stuttgart geht es auch wieder in Richtung Abstiegskampf. Und hier ist immer noch ein 0-0. Und jetzt hat Haching da eine Ecke zugesprochen bekommen. Die vierte insgesamt. Mittlerweile führen sie auch in dieser Statistik. Langer Ball jetzt nach vorne. Direkt an den Strafraum. Volley-Abnahme. Jetzt nochmal Nachschuss aus der zweiten Reihe. Oder eher gesagt aus der dritten Reihe. 50 Meter Torentfernung. 40 Meter Torentfernung. Und der Ball aber dann deutlich daneben. Preußen Münster jetzt mit dem Ball in der eigenen Hälfte. Und Herr Gesell findet keine Anspielstation. Muss den erstmal wieder zurücklegen. Langer Ball jetzt von Kühne nach vorne. Auf Benny Siegert. Auf der weiter auf Taylor. Aber der kommt nicht an den Ball. Und die Preußen können ihn aber zumindest zurückerobern. Da auf der linken Seite. Zurückgespielt zu Daniel Masuch. Der weiter zu Stefan Kühne. Herr Gesell wäre auf der rechten Seite vollkommen frei. Langer Ball jetzt links raus. Auf den Flügel. Da ist die Mann hat auf Kopfballverlängerung. Landet beim Gegner. Und deswegen Kühne bleibt liegen. Oh jetzt gibt es da ein böses Foul im Mittelfeld. Aber weiter geht es erstmal. Kühne bleibt liegen. Das hätte man auch pfeifen können. Ja. In den Rücken gesprungen. Kühne bleibt liegen. Hoffentlich kann er weiterspielen. Das wäre richtig bitter, wenn der auch noch ausfallen würde. Ja gut. Clement Allee sagtest du ja vor dem Spiel schon zu mir ist auch wieder zurück. Das weiß ich. Aber ist natürlich im Moment noch keine Alternative. Ist noch keine Alternative. Und ist ja auch erst nach der Winterbörse wieder voll einsatzfähig. Ja. Wir hatten noch einen Simon Scherner da auf der der Zwang sitzen. Der eventuell für Stefan Kühne dann einspringen könnte. Aber auch das ist natürlich der Ausfall müde. Er liegt da jetzt immer noch am Boden. Aber jetzt steht er schon wieder. Ganz kurz nochmal. Also Chemnitz gegen Stuttgarter Kicker ist mittlerweile 2 zu 0. Münster gegen Unterhaching 0 zu 0. Burghausen gegen Babelsberg 3 zu 0. Wiesbaden führt immer noch gegen Offenbach mit 2 zu 1. Stuttgarter Amateure gegen Aachen 1 zu 1. Rostock liegt zurück gegen Karlsruhe zu Hause mit 0 zu 1. Osnabrück Bielefeld 0 zu 0. Alle Dortmund Amateure 1 zu 0 für die Amateure von Dortmund und gestern eben Heidenheim gegen Saarbrücken 3 zu 0. Preuß-Münster mittlerweile läuft das Spiel wieder hat den Ball in der eigenen Abwehrreihe wie so oft am heutigen Tage. Ich sehe gerade Adi Wakumenga kommt da angelaufen hinterm Tor wird wahrscheinlich eingewechselt in den nächsten Minuten. Ja denke ich ist auch die richtige Entscheidung der hat richtig Alarm gemacht auch schon gegen Erfurt und als er dann gegen die Stuttgarter Kickers eingewechselt worden ist war jetzt rausgelegt auf die linke rechte Seite Flanke in die Mitte da ist 20 Meter 18 20 Meter Torentfernung und Taylor kriegt jetzt da den Freistoß wirklich auch zugesprochen und das auch zu Recht zu Recht auf jeden Fall wird da beim Kopfballduell angegangen in den Rücken gesprungen ähnliche Situation wie eben bei Stefan Kühne und ja jetzt gibt es da die Möglichkeit 20 Meter Torentfernung also 20 Meter Torentfernung da stehen mehrere Spieler jetzt bereit die diesen Freistoß dreden könnten Grote macht es Grote an die Latte an die Latte Halleluja wirklich gut geschossen da wäre Riederer nie im Leben drangekommen und mittlerweile muss ich ganz ehrlich sagen würde das 1 zu 0 für den SC Preußen Münster vollkommen in Ordnung gehen also da wäre Haring in Reihen des SC Preußen Münster jetzt hat der Schiedsrichter so ein bisschen da eine kuriose Rolle eingenommen stand da gerade im Weg und deswegen konnte Druckenbrot den Ball nach vorne spielen aber die Ahringer haben ihn jetzt zurückerobert spielen ihn jetzt lang und weit auf die linke Seite raus und haben ihn dann noch an der Eckfahne können ihn vielleicht reinbringen von der linken Seite flach in die Mitte da ist ein Ahringer Spieler im Strafraum und Glanz hat von Daniel Masoch Flanke, flacher Bein in die Mitte auf Niederlechner war es glaube ich und dann dreht er sich einmal um die eigene Achse und lässt Kirschel da ganz alt aussehen und der Torabschluss dann aber Daniel Masoch mit dem Fuß zur Stelle erklärt zur fünften Ecke für die Ahringer die kommt jetzt rein in den Strafraum rein geflogen Kopfballduell da kurzer Pfosten und die Preußen klären noch einmal aber der Ball immer noch in den Reihen der Ahringer und jetzt erst kann Stefan Kühne rigoros den Ball nach vorne bolzen und ja das war eine richtig gute Möglichkeit für Ahringer ja die hätte auch sitzen können also ähnlich gute Möglichkeit die wie Grote sie auch in der ersten Halbzeit hatte aber jetzt kommt Philipp Heise über die linke Seite langer diagonaler Baller auf Diman Azorov der nimmt ihn mit der Brust an legt ihn weiter glaube ich raus auf die rechte Seite da ist Siegert Flanke in die Mitte Siegert Benni Siegert aber ein bisschen zu wenig Druck da kann Matthew Taylor nichts machen aber Preußen schon wieder ein Ball besitzt Dennis Grote verzögert das Spiel jetzt ein bisschen Herr Gesell findet Heise da auf der linken Seite aber er vertendelt den Ball Philipp Heise und die Preußen müssen aufpassen aber der Ball rutscht durch zu Daniel Masoch der kann ihn annehmen spielt ihn weiter zu Herr Gesell und der schießt einen Unteraringer Spieler an und deswegen gibt es Einwurf für den SC Preußen Münster in der eigenen Hälfte und jetzt gibt es da einen prognostizierten Wechsel für den Herrn Siegert kommt Adi Makumenga also das ist es Ziel geackert ja gegen Stuttgart hat er mir nicht so gut gefallen aber heute war das okay was er gemacht hat also ich glaube Adi Makumenga ist heiß heiß ja hat er auch in den letzten Tagen schon betont er wird warten aber er wird seine Chancen nutzen oder versuchen sie zu nutzen genau und Heise jetzt auf der linken Seite gegen drei Haringer lässt er sich da gut aussteigen aber der Ball muss zurückgespielt werden in die eigene Hälfte zu Schöneberg der jetzt mit einem langen diagonalen Ball auf Dennis Grote weiter zu Nazarov der weiter auf die rechte Seite zu Adi Makumenga der Ball ist aber ein bisschen ungenau deswegen kann er den nicht erreichen aber die Preußen weiterhin in den Ballbesitz da ist Nazarov langer Schubball in den Strafraum aber erstmal können die Haringer klären Preußen Münster aber immer noch in Ballbesitz spielen den Ball jetzt erstmal wieder zurück in die eigene Hälfte langer diagonaler Ball nach vorne da rutscht Kirsche Ball aus und deswegen landet der Ball in den Reihen der Haringer aber die sofort mit dem langen Ball nach vorne und deswegen sofort Preußen Münster wieder in Ballbesitz und Matthew Taylor wird da böse angegangen von einem Spieler wieder in den Rücken reingesprungen ja Hofstädter war das bekommt auch die gelbe Karte jetzt richtige Entscheidung meiner Meinung nach dritte gelbe Karte insgesamt im Spiel Dennis Grode steht als einziger Spieler am Ball wird den Ball mit dem linken Fuß von der linken Seite vom Tor weg in den Strafraum schlagen denke ich direkt aufs Tor ist hier von der Position nicht so ideal von links 35 Meter Torentfernung und die Preußen Fans sind da wollen hier dass das Tor fällt Dennis Grode mit dem Ball in den Strafraum schlägt dabei direkt ins Oh der wurde länger und länger der sah so aus als wäre er viel zu weit und dann sinkt er sich am Ende doch noch aufs Tor oder beziehungsweise gefährlich an den zweiten Pfosten und der Torwart kann nur zur Ecke klären zum vierten für den Esser Preußen Münster Eckball reingetreten von der rechten Seite Preußen immer noch im Ball besitzt die Mann hat da auf der anderen Seite Kopfball in der Mitte da ist jemand Kühne ganz frei steht Kühne da am Fünfer und köpft den Ball am zweiten Pfosten neben das Tor ärgerlich gute Möglichkeit in der 80. Spielminute wir sind schon in der 80. Spielminute also so langsam wenn wir hier einen Sieg haben möchten müssen wir das Tor machen scheißegal ob 90. 93. oder 120. Minute wir müssen hier ein Tor machen ich glaube 120 Minuten werden wir heute nicht mehr erleben aber die Preußen müssen jetzt mal ihre Chancen auch nutzen in diesem Spiel Kühne hat jetzt den Ball der eben die Möglichkeit da hatte legt ihn raus auf die rechte Seite zu Kevin Schöneberg der weiter zum neuen Mann zu Adi Vakumenga der sucht erstmal Sicherheit und findet Druckenbrot und die Preußen versuchen jetzt das Spiel wieder aufzubauen sie hören im Hintergrund die Zuschauer kommen langer Ball nach vorne da hat Matthew Taylor gegen zwei und der Ahring-Spieler aber kann den Ball erstmal nicht erobern die Ahringer Probleme beim Spiel nach vorne jetzt Preußen Münster mit Dutem Pressing versuchen sie den Ball da zu erobern und jetzt gibt es ein V-Spiel meiner Meinung nach auf dem linken Flügel an Stefan Kühne aber der steht sich da ganz cool und lässt sich auch ne ne es gibt nur einen Wurf und den Rest für Preußen Münster naja im Endeffekt ist ja auch egal was es gibt Ballbesitz für Preußen Münster Schöneberg hat da jetzt den Ball findet eine Anspielstation den nennt sich nämlich Patrick Kirsch der weiter zu Adi Vakumenga auf die rechte Seite der muss wieder zurückspielen Ahring steht jetzt sehr sehr tief Rücken auch nicht raus Kühne jetzt mit dem Ball auf Herr Gesell der weiter zu Heise Heise gegen ein Ahringer Spieler und es gibt Einwurf für die Ahringer weil Heise da den Ball nicht unter Kontrolle hatte landet dann im Seitenhaus Einwurf schon ausgeführt Handspiel und es gibt Handspiel jawohl Handspiel von einem Ahringer Spieler Freistoß schnell ausgeführt von den Preußen Spielern und die Preußen versuchen jetzt das Spiel ein bisschen anzuziehen langer Ball nach vorne keine Möglichkeit da an den Ball zu kommen Grote stolpert da über den Ball Heise heiserlich Ball jetzt beim Keeper von Unterachingen und der kloppt den Ball einfach lang und hoch nach vorne Ball jetzt Ballverlust da auf dem rechten Flügel kein Handspiel da auch wenn Kühne dann den Ball an die Hand bekommen hat Grote dagegen 2 versucht sich da durchzusetzen im Mittelfeld keine Möglichkeit da und es wird ruppig also jetzt wird es ein bisschen ruppiger die Ahringer ja die langen jetzt ganz schön zu ganz ehrlich ja die sehen jetzt dass Preußen den Sieg unbedingt will und versuchen alles dagegen zu setzen ja und Preußen Münster versucht jetzt das Spiel nochmal neu aufzubauen über Stefan Kühne sucht da Spielstation dringt einen in die Hälfte der Ahringer Nazarov wird gefoult meiner Meinung nach aber kein Freistoß für den aserbaidschanischen Nationalspieler in Reihen des SC Preußen Münster und die weiterhin im Ball besitzt Philipp Heisel linke Seite gegen zwei Ahringer vierter meiner Meinung nach nicht gefoult aber er reklamiert so ein bisschen erobert sich den Ball jetzt da zurück auf der linken Seite steht er beim Abseits und deswegen gibt es Freistoß für Haaringer jetzt gibt es ein bisschen Aufregung was war da los hast du es gesehen Ja der Siebener das ist Stefan T der hat den am Boden liegenden Philipp Heisel irgendwie angemeckert weil Heisel ein Faul schinden wollte oder ähnliches aber Heisel geht gar nicht drauf ein joggt jetzt nach hinten Freistoß für Unterhaching ausgeführt vom Torwart lang und weit nach vorne hoher Ball jetzt an Preußen Münster auf Dima Nazarov der kann den Ball nicht erobern ganz im Gegenteil Haching hat die Pocke da jetzt spielt ihn rein und raus schönes Spaßspiel da in Reihen der Haching aber Nazarov hat ihn jetzt erobert da im Mittelfeld wird gefoult aber die Preußen können erstmal den Ball erobern da im Mittelfeld Dima Nazarov steht immer noch da und stützt sich auf seinen Knien ab da ist Schöneberg legt den Ball raus auf die rechte Seite zu Adi Bakumenga der sucht eine Aschspielstation findet keinen Moment jetzt findet er Matthew Taylor der wird wieder gefoult und jetzt gibt es den Freistoß Freistoß für Preußen-Münster 25 Meter Torentfernung Vorher noch einmal die Klingel und zwar hat Babelsbeck ein Tor bei Bukhausen geschossen da steht es jetzt 3 zu 1 und VfB Stuttgart 2 führt gegen Allemann Aachen 2 2 zu 1 2 zu 1 die sind wieder im Keller Karlsruhe 2 zu 0 in Rostock Auch das natürlich Wahnsinn also die würden natürlich wieder aufrücken auf diese Spitzen Truppe wenn es hier bei beiden Spielen 0 zu 0 bleiben würde jetzt kommt erstmal der Freistoß von der rechten Seite reingeschlagen in den Strafraum an den zweiten Pfosten und die Aachen können erstmal klären aber Dimana Zorov könnte nachsetzen tut das auch Eckball für Preuß Münster und die gleichen jetzt auch aus in dieser Statistik 5 Ecken auf beiden Seiten gab es insgesamt und Eckball wird getreten von Philipp Heise mit links von links vom Tor weg in die Mitte da ist Matthew Taylor und der schießt aus kurzem Winkel vom zweiten Pfosten einfach mal bolzt er den Ball aufs Tor Riederer ist da kann ihn über die Latte lenken nächster Eckball für den SC Preußen Münster richtig gute Reaktion da vom Torwart Stefan Riederer Eckball kommt von Philipp Heise jetzt rein nochmal von Philipp Heise rein in den Strafraum abgewehrt erstmal Adi Vakumenga ist da Strafraumgrenze flacher Bann in die Mitte nochmal abgewehrt Preußen Münster hat den Ball aber noch Dennis Grote sucht eine Anspielstation legt den Ball raus auf die rechte Seite da ist Natsarov der gegen zwei Haringer und vertendelt den Ball und die machen jetzt einen Konter laufen sie jetzt einen Konter Haring läuft und läuft und läuft und läuft und jetzt zu lang der Ball Glück Glück hat Preußen Münster Ball im Strafraum vom SC Preußen Münster aufgepasst Ball in die Ball in oh Anspiel von Herrgesell aber jetzt langer Ball von Preußen Münster nach vorne auf den schnellen Matthew Taylor aber der Torwart ist da er kommt weit aus seinem Tor heraus und der polzt den Ball nach vorne nach vorne und jetzt gibt es eine gelbe Karte wegen Meckerns es gab erst eine Abseits Situation und jetzt gibt der Schiedsrichter dem Spieler Nummer 9 Manuel Fischer die gelbe Karte wegen Meckerns und es wird gewechselt beim Preußen Münster für die Marz darauf kommt Marco Königs in Osnabrück steht es noch 0 zu 0 für die die das neben uns wissen wollen ist immer ein bisschen doof während der Sendung sowas zu fragen also 0 zu 0 in Osnabrück genauso wie hier aber wie gesagt Karlsruhe führt gegen Rostock mit 2 zu 0 Kopfball jetzt zu Held in Mittelfeld von Preußen Münster Ball an der Strafraumgrenze da ist Aliva Komenga und Königs und Taylor aber die können den Ball nicht richtig da kontrollieren und Haching kann sich erst einmal wieder befreien holt jetzt einen Einwurf raus auf der linke Seite Mitte der Preußen Hälfte langer Ball nach vorne wir sind in der 88. Spielminute Haching kann den Ball nicht behaupten Preußen Münster mit Ball Besitz in der eigenen Hälfte da ist Schöneberg langer diagonal nach vorne auf Marco Königs der aber nicht so wirklich Zugriff auf diese Pocke bekommt aber die Preußens schon wieder in Ball Besitz weil Unterhaching den Ball nur noch raus schlägt versuchen hier diesen Punkt zu halten und ich muss ganz ehrlich sagen die Hachinger die haben sich 80 90 Minuten lang in diesem Spiel nur mit Zerstören aufgehalten es wäre mittlerweile unglaublich verdient für den SC Preußen Münster hier das Tor zu machen langer Ball nach draußen auf die linke Seite da ist Marco Königs gegen zwei Hachinger im Strafraum Marco Königs Schuss aus der zweiten Reihe vom Strafraum Eck aber über das Tor und deswegen gibt es Torabstoß vom Tor des SC Preußen Münster Ah Jungens ihr macht es auch hier echt unnötig spannend und wir laden unsere aktualisierte Spielstand Seite noch einmal neu damit ihr auch da draußen auf dem Laufenden bleibt langer Ball jetzt nach vorne von von und Hachinger Torabstoß die Preußen können den Ball auf der linken Seite erobern Schubball in die Mitte zu Matthew Taylor Ball angenommen mit der Hand von Marco Königs Richtig gesehen Handspiel korrekte Entscheidung Karlsruhe führt 3-0 in Rostock Karlsruhe hast du geklingelt da habe ich jetzt geklingelt vergessen aber er hat trotzdem geklingelt in der dritten Liga also 3-0 für Karlsruhe gegen Rostock Grüße an Marc Fascher der in dem Fall nicht sehr erfreut sein wird und der Ball im Seitenaus 90 Minuten in diesem Moment abgelaufen und die Nachspielzeit noch nicht angezeigt vom Schiedsrichter in der ersten Hälfte gab es auch keine Nachspielzeit Haching jetzt noch mal im Vorwärtsgang aber Preußen kann den Ball zurück erobern Philipp Heiser auf der linken Seite vertändelt da so ein bisschen den Ball aber Stefan Künest da spielt zurück zu Daniel Masoch der weit und hoch nach vorne und es gibt keine Minute Nachspielzeit sehr sehr pünktlich pfeift der Schiedsrichter Marcel Unger dieses Spiel ab und es bleibt beim 0 zu 0 0